Herzlich Willkommen! Das ist nur ein kleines Infovideo, welches ich in den nächsten Tagen sowieso löschen werde, denn mit solch einem Video erreiche ich mehr Zuschauer. Ja, in dem Video möchte ich euch ganz kurz mitteilen, dass ich nun eine eigene Facebook-Page habe. Der Link zu meiner Facebook-Page, den findet ihr in der Beschreibung. Ja, ich würde mich freuen, wenn jeder von euch meine Facebook-Page mit einem Gefällt mir markieren würde oder versehen würde. Alle Neuerungen und zukünftige Änderungen zu meinem Kanal werden ab sofort über meine Facebook-Page gepostet. Wie gesagt, der Link, den findet ihr in der Beschreibung. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao!